Jungs, lasst Boot fahren, schnell. Eine Runde Boot, eine Runde Boot, eine Runde Boot, eine Runde Boot. Ich hab auch die scheiße Ding. Meine sehr geehrten Freunde der Sonne, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Overwatch-Hellenmeistern. In der heutigen Episode behandeln wir Reinhardt schwanzhart. Liken, kommentieren, abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Sonst dann hat euch Reinhardt seinen Hammer in den Arsch. Und das ist wirklich sehr, sehr schlecht. So, was dann ziemlich wichtig ist bei Reinhardt. Erstmal grundsätzlich Hallo sagen. Wie gehen wir die Runde an? Was ist eure Taktik? Ich steig auf. Staudat 962. Hast du Reinhardt? Reinhardt jetzt! Und jetzt will ich keine Konzentration von euch sehen! Oh shit, ich hab alles verfehlt. Ich schlag mir ein. Suizid wo? Ja! Weg mit dir, weg mit dir! Hab ich! Also Tracer ist weg. Tracer ist weg, Tracer ist weg, Tracer ist weg. Achtung Bastion, Bastion ist fahren. Hab, hab Eura, hab Eura, Habtiriko, 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 Habtiriko! Oh je, du richtiger Lass! Oh je, du richtiger Lass! Oh je, du fährst hier! Abzolter, 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 Abzolter! So, ich bin fahren, ich bin fahren, ich bin fahren. Ich darf nicht? Du darfst nicht? Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, ich hab dich gemacht! Ja, Alter, ich hab dich gemacht! Ja, Alter! Ja, Alter! Keine, äh, keine, äh, äh, wie nennt man das? Keine, äh... Wie nennt man das? Gegenteil von laut. Leisen. Leisen Stellen, keine leisen Stellen im Video. Ich hab immer fest und rum, Ulti! Mach, mach einfach, wir müssen, du musst das machen! Ja! Nein, da! Geht es auf! Nein, der ist tot! Ist doch nicht tot! Wir schieben, wir schieben, wir schieben, wir schieben! Wir schieben, wir schieben, wir schieben! Vor allem, die zählen nicht die ganze Zeit unsere Healer, also, Hust, nicht nur mich! Da musst du nur mitmachen, ja? Hust, Digga! Goa, is that competitive? Hust-User! Goa macht gleich irgendwas, ein Glas kaputt und sagt, clear! Ab, 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 ab! Jawoll, Jungs! Das war ne so gute Runde! Oh mein Gott! 29 Kills mit Reinhardt! So, Jungs, was spielen wir jetzt in der Wartezeit? Auf 3, wir sagen Sachen! 3... Stein! Stein! Goa, wie wärs, wenn du jetzt wirklich mal ne Rolle annimmst? Nee! So! Oh, jetzt zeig ich euch, wie die Fahrschule geht! So wird Pferd beim Auto! Krass! Jungs, wenn's knapp wird, Lebenstechnisch, sagt Bescheid, ne? Jo! Ich bin tot! Das wurde knapp! Was? Ich bin nur drunter! Ich push rein, ich push rein! Hab Genji weggepusht! Hab Genji, hab Genji, hab Genji! Ja! Unser Drunk, wie schadet deinem Turm? Ja! Hansi, 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 Hansi! Hab, 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 hab! Oh, f***! Hörst du dich? Wen hast du gedacht, wo's denn? Äh, bei uns! Ich hab mich drunter gegetet! Bist du scrollt? Bist du scrollt? Jawoll! Ja! Ja! Hast du! Ja! Ja! Nein! Nein! Verfehlt! 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 Ich hab die Kiriko in den Arsch gedonnert! Mal wieder! Macy, Macy! Ja! Ich bin auf Klo! Ja! Griss Respekt! Moira gepackt! Wo bist du denn? Moira packen! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Nein! Oh, das wollte ich nicht. Ich werd den Bob Deutsch wegmachen! Oh, ist schön! Ja! Realität, geil! Heiß May! Ich geh gleich kacken wegen der! Geil! Und May noch! Ja! Bamm! Bamm! Zack! Boots! Bamm! Midi, die was hier? Hab ich ihn wirklich in den Arsch weggedonnert! Der Arsch geht in sich hier! Der Arsch, äh, Oberstein ist entzert! Brutal gefailt! Oh, doch nicht gefailt! Levy ist schon wieder auf dem Tisch! Den Reinhardt hab ich auch von hinten gleich! Ja! Ich wollte den doch wegsteilen mit meinem Fahrradfahren! Ja, die Mercy ist richtig gut! Aber ich sterbe einfach! Wie, äh, heiße Bananen im Mikromille! Ja, 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 ja! Hamster ruhig! Kann er durchsliden? Das war scheiße gemacht von May! Nein! 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 Das war doch nicht scheiße gemacht von May! Jungs, das war nicht gut! Gohan, du bist die Taktikminister! Was haben wir falsch gemacht? Alles! Wir haben ne Widowmaker! Wir haben ne Ash! Wir haben ne Kiriko! Moira scheiß dann zwar wieder rein! Einfach rein! Er scheiß die Augen! Nein! Nein! Gar nicht! Debny, warum hast du mich so neurotisch angeschaut? Die Geil stand nur neben dir! Ja! Oh, ich hab richtig Rücken geschmerzen! Gohan, was hast du geschmerzen? Äh, im Kopf! Im Kopf! Bob tut das! Bob tut ganz viel! Bob hat mich geholt! Ich bring Bock weg! Ich mach Bock weg! Es wird Zeit für Urlaub, Jungs! Luciano! Doch nicht! Doch nicht! Ich hab ne doch nicht! Muss grundsätzlich einfach mal das Game wechseln gleich, Jungs! Gohan würdest du dich selbst als kompetentiv Schnur-Strax-Loser verwenden. Äh, bezeichnen! Schnur-Strax-Loser! Loser, hab ich gesagt! Was ist Loser? Ich hab Loser verstanden! Ja, weil du ein Loser bist, deswegen verstehst du das! Jo! Verpiss dich, Gohan! Ich hab hier noch jemanden zum Ficken im Kampf! Zum Ficken! Zum Ficken! Ja, zum Kampf gesagt! Hahaha! Hahaha!